Schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren, bezaubernden, epischen Part. Phoenix Wright, Ace Trinity. Im letzten Part haben wir mit unserem Boy-Großbeck ein bisschen geplaudert, wo der sagt, äh, ja, vielleicht war das ja gar kein Traum, was der, der Edgy-Junge da erzählt, ne? Und wenn dessen kein Traum war, dann, dann, äh, hat Herr Yogi-Fuckboy auf jeden Fall ein Motiv, um Edgy auf den Mord anzuhängen. Deswegen, äh, es sieht schon mal gut aus für uns, ja? Zieh dir das rein, Großberg. Oho, ist das also der Brief. Es scheint, als wäre Yogi seinem Inhalt gefolgt, als er Hammond umbrachte. Aber warum hätte Robert Hammond umbringen sein? Hammond war ein begnadeter Verteidiger. Aber, er verteidigte seine Mandanten nicht in deren, sondern in seinem Interesse. Hä? In seinem Interesse? Er glaubte seinen Mandanten nicht. Er glaubte nur an seine Fähigkeiten. Aber, er hatte doch einen Freispruch erreicht. Warum also? Es war etwas anderes, meine Liebe. Er gewann diese, äh, diesen Freispruch nur um seine Dwillen. Yogi war zwar, äh, freigesprochen worden, aber er war sozial ruiniert. Ne? Das werden sie gleich verstehen. Warten Sie. Was ist? Dieser Brief. Ich kenne diese Handschrift irgendwoher. Wessen Handschrift ist das? Wissen Sie, wer das geschrieben haben könnte? Also, LG auf keinen Fall. Ja, Niyogi hat den Brief ja bekommen. Die einzige Möglichkeit wäre, der Manni. Hm. Könnte es Manfred von Karma gewesen sein? Von Karma? Warum sollte er etwas damit zu tun haben? Äh, nur, äh, ich bin mir nicht sicher. Hm. Von Karma. Von Karma. Warten Sie. Sie haben recht, mein Junge. Das ist von Kamas Handschrift. Da bin ich mir sicher. Ich kenne sie nur noch von den ganzen Gerichtsunterlagen. Was? Aber, aber das heißt ja, derjenige, der Herr Yogi zum Mord auffordert, aufgefordert war. Allü. Korrekt. Manfred von Karma höchstpersönlich. Was bedeutet das? Warum sollte von Karma Edge of ruinieren wollen? Er war doch sein Senpai. Hätte von Karma tatsächlich diesen Brief verfasst, dann hätte er die Wahrheit gekannt. Er hatte gewusst, dass Miles Edge of seinen Vater aus Versehen tötete. Äh. Ich schätze, dass man morgen vor Gericht das Gleiche sagen wird. Er wird so lange betont, bis Miles Edge of schuldig gesprochen wird. Oh, nein. Aber warum weiß von Karma so gut über Herr Edge of's Vergangenheit Bescheid? Selbst Herr Edge of glaubte, dass nur ein Albtraum war. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, von Karma sowohl hartnäckig als auch perfektionistisch ist. Vielleicht würde sich ein Gregory Edge of rächen, indem er seinen Sohn schadet. Wie meinen Sie das? Vor 15 Jahren trafen sich von Karma und Gregory Edge of vor Gericht und von Karma gewann. Aber er kam nicht unbeschadet aus der Verhandlung raus. Was passierte im Prozess zwischen Edge of's Vater und von Karma? Von Karma erreichte den gewünschten Schuldspruch. Er gewann den Prozess. Aber Gregory Edge of beschuldigte von Karma, Beweise gefälscht zu haben. Und obwohl er den Prozess verlor, stand Herr Edge of's Anschuldigung im Raum. Gefälschte Beweise. Es war der einzige Makel, mit dem von Karma in seiner Karriere zu kämpfen hatte. Gregory Edge of hat von Karma's perfekte Siegespiranz einer Delle zugefügt. Wow. Das muss ein ziemlicher Schock für von Karma gewesen sein. Danach nahm er erst mal einige Monate Urlaub. Junge, Monate. Dann günstig, richtig. Urlaub. Ja. Ziemlich ungewöhnlich für ihn. Es war der erste und bisher einzige Urlaub in seiner langen Staatsanwaltkarriere. Staatsanwaltkarriere. Echt? Er nimmt sonst nie Urlaub? Zum Beispiel mal zum Meer oder in die Berge zu fahren? Sagen Sie nicht, dass er noch nie in Europa war? Du hast komische Vorstellungen von Urlaub, Maja. Jedenfalls. Es war das einzige Mal, dass er Urlaub genommen hat. Ich glaube, dass dieser Marken ihn sehr zu schaffen machte. Seltsam. Wenn es ihm so sehr an seiner markenlosen Bilanz ging. Warum hätte er eine so lange Pause machen sollen? Was machen wir, Nick? Frau Karma wird den Fall DL6 ins Spiel bringen. Darauf kannst du wetten. Was, wenn Herr Edge of sich im Fall DL6 verschuldigt bekennt? Das werde ich nicht zulassen. Äh, ja, äh, all right. Auch wenn es ihm nicht gefällt. Aber ein versehentlicher Mord ist immer noch ein Mord. Wissen Sie? Das weiß ich. Ich... Ich glaube aber in Edge of's uns schuld. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemanden umgebracht hat. Aber selbst als versehen, das ist... Gar nicht so abwegig. Aber Nick? Herr Edge of hat es doch gestanden. Sein Vater muss dem Tod gelogen haben, ihn zu schützen. Das ist mir egal. Ich weiß, dass er unschuldig ist. All right. Wenn Sie so davon überzeugt sind, kann ich das nochmal überprüfen. In der Polizeiakte könnte etwas Interessantes stehen. Herr Großberg. Vielen Dank. Ich kann nichts versprechen. Die Chancen, etwas zu finden, stehen schlecht. Ich verstehe. Die Polizeihunterlagen, ja? Danke, du echte Tönti. Wir gehen. Nur noch ein Tag, Nick. Ja, ich weiß. Na dann, lass uns keine Zeit verlieren. Lass geht's. Okay. Die Mucke geht einfach zu krass ab, Leute. Kriminalabteilung. Hier ist kaum jemand. Wir suchen wohl alle nach dem Alten. Nach Yogi. Ah, sie sind es. Ich glaube nicht, dass Gamschuh heute noch zurückkommt. Er ist unterwegs und sucht jemanden. Hört sie an, als sucht er tatsächlich... Als sucht er Gamschuh tatsächlich. Vielleicht können wir nochmal einen Blick ins Archiv werfen. Ich kann nicht jeden Zutritt gewähren. Aber ich glaube, dass der von Karma sich sowieso gerade darum sieht. Solange er drin ist, können sie auch hinein. Von Karma? Ja, er ist gerade eingetroffen. Von Karma ist im Archiv. Nick, schnell! Dun, 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 dun. Fucking von Karma. Du, 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 du. Polizeirevierarchiv. Staubig wie immer. Wir waren erst gestern hier. Bestimmt hatten sie noch keine Zeit zum Saubermachen. Was ist los, Nick? Nichts. Ich habe gerade festgestellt, dass er nicht da ist. Von Karma. Die Schublade ist irgendwie auffällig geöffnet. Hä? Eine der Schublade ist offen. Es muss jemand vor kurzem dort hineingeschaut haben. Auf dem Schild steht ungelöste Fälle. Beweise. Hm. Ungelöste Fälle. Nick. Der Akte zum Fall der 6. Die Schublade ist leer. Was? Was machen sie hier? Äh. Von Karma. See. Woher wissen sie, wer ich bin? Äh? Können wir uns? Was sagen sie da? Sie sehen uns jeden Tag, oder nicht? Wir sind die Verteidigung von Miles Edgeworth. Verteidiger. Ähm. Tut mir leid. Wie sie sehen, erinnere ich mich kaum an Strafverteidiger. Sie sind die Ungeziefer für mich. Nutzt du das Gesocks, dass man zertreten sollte? Man merkt, dass dieser Kerl Edgeworths Mentor war. Wie er grinst, Alter. Wisst ihr, woran er mich erinnert? Ich weiß, das ist lang her, aber... Beide Erbs, Alter. G-Rosen-Klappe. Junge. Dieser Mann ist mindestens genauso eklig. Ähm. Herr Edgeworth war ihr Schüler, nicht wahr? Ein Romantiker, der so ein Amateur auf der Art nie ganz abschütteln konnte. Genau wie sein Vater, immer nur Zweiter. Herr von Karma. Sie hatten ein Problem mit der Gregory Edgeworth, nicht wahr? Ich? Ein Problem mit einem einfachen Strafverteidiger. Warum sollte ich? Vielleicht, weil er ihre markenlose Siegespieler an seine Delle zugefügt hat. Äh. Also ja. Aber, äh, was ich nicht verstehe ist, warum sie seinen Sohn unter ihre Fütche genommen haben. Den Sohn ihres embittersten Rivalen. Das ist mein Vater, Herr Anwalt. Geht sie nichts an. Morgen ist der letzte Tag des Prozesses. Es ist eine Weile her, dass ein Verdächtiger so lange durchgehalten hat. Dennoch werden sie am Ende verlieren. Mein Edgeworth wird seine Schuld eingestehen. Sie meinen seine Schuld vor 15 Jahren? Sie sind ein fleißiger Rechercheur. Wenn sie schon ihre Hausaufgaben so gut erledigen, dann verstehen sie es sicher. Sie wissen, dass Mike Edgeworth morgen vor Gericht sagen wird. Wir hatten recht. Von Karma wird der Fall hier sechs Monate im Gericht aufrollen. Ja, dörr. Ja, tschüss, Karma-Line. Sehen uns, Brudi. Dir zeige ich schon mal gar nichts, Junge. Dö, dö, dö. Oder doch. Okay, Karma, wir reden mal ein bisschen drüber. Ja, wir reden mal ein bisschen drüber. Guck mal. Äh, ich bin übrigens Anwalt. Dummkopf. Sie glauben, mein Staatsanwalt gibt einen Strafverteidigerinformationen. Bah. Ekel. Richtig, Egeloft. Hey, von Karma. Hast du dir die Scheiße geschrieben, du Arsch? Herr von Karma. Sehen Sie sich das mal an. Das waren Sie, nicht wahr? Sie wissen, Yanni Yogi an, einen Mord zu begehen. Yanni Yogi. Wie viele Jahre mag es ja sein, dass ich diesen Namen gehört habe? Er ist ein Dummkopf. Ich sagte ihm, er solle es verbrennen, nachdem er es gelesen hat. Sie geben es also zu. Sie, Sie schrieben, Herr Yogi, diesen Brief. Ja, verehrter Anwalt. Danke für die Mühe, in mir zu bringen. Sie haben mich damit vor allen Dingen in Unannehmlichkeiten bewirrt. Äh, was? Nick? Was ist das? Ein elektrischer Kaffee. Für Selbstverteidigung. Normalerweise. So ist es. 600.000 Volt durchlagen ihren Körper. Wie bei einem Doggo in einem elektrischen Zaun. Nein, kein Doggo. 600.000. Oh, keine Sorge. Es ist nicht tödlich. Normalerweise. Geben Sie mir jetzt den Brief. Nein. Nein. Aber was machen Sie? Nick, Laufelk. Oh Gott, nein. Mama, ja. Aus dem Weg. Oh, ei, ei. Hm, Rap. Er hat uns. Der Brief ist wutsch. Natürlich. Und er hat die DL6-Beweise auch. Alle. Maya. Nun stehen wir wieder am Anfang. Warte. Maya springt zuerst. Maya, geht es ihr gut? Maya. Maya. Dieser dreckige Fuckboy. Maya, mach die Augen auf. Maya. Der Brief. Der Brief. Hatte ihn. Hä? Oh, ja. Geht es dir gut? Ich. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Ich sprang so schnell es ging. Aber der Schuss von diesem Ding hat mich voll erwischt. Oh, nein. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Maya, du bist beste Weibung. Weder zum Anwalt, noch zum V-Dium. Ich kann nicht mal meine Schwester rufen. Nicht mal jetzt, wo wir sie am dringendsten brauchen. Ich wünschte, ich wäre nicht mehr aufgewacht. Alter, Maya. Maya. Es muss eine Möglichkeit geben, wie ich ihr helfen kann. Ich sollte lieber erstmal was für ihr Selbstvertrauen tun. Huh? Maya. Sie hat etwas in der Hand. Was ist das? Eine Kugel? Pfeil DL 6, Beweissstück Nummer 7. Aus dem Herz von Gregory Edgeworth. Ich erinnere mich. Von Karma hielt sie in der Hand. Als Maya ihn ansprang. Ich beweise es dir, Maya. Du bist alles andere als nutzlos. Ich beweise es dir morgen vor Gericht. Oh, shit, Leute. Ich bin so bereit dafür. Boah, Maya ist so süß. Oh, mein Gott. Gibt es eigentlich irgendjemand, der sich als Mensch kategorisiert und Maya nicht mag? Ist sowas überhaupt möglich? So? Ich meine, Alter. Sie ist so wundervoll. Nun ist es soweit. Die Stunde der Wahrheit. Heute wird manches endlich geklärt werden. Sehr viele Dinge. Ah! Was soll das? Entschuldige, Nick. Ich habe nur deine Schulter berührt. Noch der Schock von meiner Bekanntschaft mit dem Elektroschocker gestern. Du bist immer noch geladen? Video mal live. Heute ist der letzte Verhandlungstag. Viel Glück, Nick. Ja. Danke, Maya. Äh, Josh sieht wie immer niedergeschlagen aus. Hoffentlich nimmt ihn von Karma nicht zu hart ran. Äh. Was tun sie da? Entschuldigung. Tut mir leid. Ich wollte sie nur zur Aufmutterung auf den Rücken klopfen. Oh Gott, Maya. Maya. Du solltest dich vielleicht besser draußen klagen. Ja, gute Idee. Versuche niemanden auf dem Weg eines elektrischen Schlag... Versuche niemanden auf dem Weg eines elektrischen Schlag zu verpassen. Äh. Äh. Joa. Hahaha. Was ist nur in diese Mädchen gefahren? Inspektor Gamschuh. Morgen. Äh, schriff. Guten Morgen. Wie lief's, Inspektor? Nein, danke. Sie versprochen, habe ich unseren aufgereisenden Bootsverleiher eingefangen. Hab ihn gerade reingebracht. Hat mich die ganze Nacht gekostet, Junge. Danke, Inspektor Gamschuh. Sie sind bestimmt müde. Nach dem Schock, den ich auf dem Weg hier habe kam, fühle ich mich richtig frisch. Yogi sagt, er hat seinen eigenen Namen vergessen. Aber das muss eine Lüge sein. Warum sollte er sich ein Etwas zerrechnen wollen, wenn er sich nicht erinnern kann? Er erinnert sich. Und ich werde es beweisen. Alter, das wird... Das wird haarscharf, Leute. Das wird haarscharf. Fucking von Karma. Das Gericht verhandelt nun den Fall Miles Etchoff. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Die Anklage ist bereit. Äh, gut. Sehr gut. Heute ist der letzte Tag dieses Prozesses. Ich verdere, die Anklage auf maßgebliche Beweise vorzulegen. Verstanden. Au, au. Kommen Sie, erstarren Sie nicht bei jedem seiner Worte in ehrfürchtigen Schweigen. Nun gut, Herr von Karma. Ihr Öffnungspedorier. Richtig. Dank Inspektor Gamschuh wurde der Bootsverleiher festgenommen. Am gestrigen Verhandlungstag behauptete der Verteidiger seine Mörder. Dies muss er allerdings noch selbst bestätigen. Ich bitte die Verteidigung hierzu ins Kreuzfeld zu nehmen. Sehr gut. Bringen Sie bitte den Zeugen in den Gerichtssaal. Ich glaube, Sie alle erinnern sich an unseren Zeugen. Er wohnt im Bootsverleiher am See. Von dort aus beobachtete er den Vorfall. Außerdem verlor er vor kurzem seine Erinnerungen an seinen Namen und seine Identität. Zeuge! Warum sind Sie gestern weggelaufen? Oh, Spruch! Fucking von Karma. Der Zeuge wollte nicht weglaufen. Wie er jetzt aussagen wird. Ich verstehe. Na gut. Fangen Sie mit Ihrer Aussage an. So. Fucking Karma. Ich verließe das Gericht. Es tut mir furchtbar leid. Da habe ich die Geister einfach gegen. Bin ich gelaufen oder soll ich nicht? Ich ging essen für Polly einkaufen. Verstehen Sie? Ginge davon aus, dass ich mit dem Vorfall sowieso nicht zu tun hatte, ne? Äh, ich meine... Ich bräuchte ja ein Motiv. Richtig. Und, äh... Ich hab keins. Oh, hätten wir jetzt den Scheißbrief, Alter. Es hat meine Aussagen von gestern bestehen, ne? So. So. Hm. Nun gut. Lassen Sie uns mit dem Kreuzfeuer beginnen, ja? Er muss seinen Namen kennen. Jani Yogi. Sie sind Jani Yogi und ich werde es beweisen. Tchuh. Oh, mir furchtbar leid, ne? Ja, das ist schon scheiße. Für mich war das gestern Weglaufen und nicht einfach gehen. Sie haben Larrys Aussage gehört und gemerkt, dass sie in Gefahr schweben. Ich bin nicht weggelaufen oder so. Warum sind sie dann gegangen? Er wird es gleich sagen. Wäre es ihnen so schwer, einfach still zuzuhören, wenn jemand spricht. Wenn ich ruhig bleibe, würde Edge auf innerhalb von drei Minuten schuldig gesprochen. Ich will Essen für Polly einkaufen. Verstehen Sie? Ne, ey. Ha, Essen für Polly, ja? Essen. Und Polly ist ein kleiner Gourmet, verstehen Sie? Sie frisst nur die so fertige Vogelfutter aus Frankreich. Äh, gibt es, äh, in der Großtierhandlung, in der Innenstadt, ne? Aber sie wollen erst heute Morgen festgenommen. Warum sind sie nicht zu ihrer Hütte zurückgekehrt? Äh, ohne. Haben wir etwas verlaufen, verstehen Sie? Der Zeuge hat manchmal Schwierigkeiten, sich an Dinge zu erinnern. Als die Polizei festnahm, war er nicht in seiner Hütte, war er nicht auf dem Weg zurück zur Hütte. Ja, genau. Netter Versuch von Karma. Keiner wird das glauben. Ich verstehe. Hat sich also verlaufen. Bitte, euer Ehren, kommen Sie zur Vernunft. Na, nie. Ja, so hat sich mit dem Vorfall sowieso nichts zu tun hatte, ne? Äh. Nein! Nein! Sie haben einen Großteil ihrer Erinnerung verloren, richtig? Äh, ja, wohl anscheinend. Woher wussten Sie dann, dass Sie mit dem Vorfall nichts zu tun hatten? Äh. Oder? Oder ging das etwa Lügen mit dem Verlorenen? Oder sind das etwas Lügen mit dem Verlorenen in Erinnerung? Hä? Sie wissen genau, wer Sie sind. Jetzt soll Gott klar ausgesagt, dass er sich nicht erinnert, wer ist. Wenn Sie überhaupt nicht lügt, müssen Sie es dem Gericht beweisen. Äh. Wie soll ich nur beweisen, was im Kopf dieses einen Knackes vorgeht? Das ist unmöglich. Äh. Oder dass Sie zur Vernunft gekommen sind, all right? Na gut, so fahren Sie fort. Oh Mann, ich brauche mal die, richtig? Ich habe ja keins. Wie können Sie behaupten, Sie hatten kein Motiv? Ich sage, Sie haben eins. Sie hegen ein Gräuel gegen Edgeworth und das Opfer Robert Hammonds. Deshalb haben Sie sich an ihn gerecht, nicht wahr? Segen Sie mich nicht, ich möchte wiederholen, all right? Der Zöger hat keine Erinnerung an Dinge, die länger als ein paar Jahre zurückliegen. Er kann kein Gräuel legen, das ist unmöglich. Ich muss beweisen, dass er bezüglich seiner Erinnerung lügt. Ansonsten wird, äh, immer das gleiche sein, bis zum Ende des Prozesses. Darf ich etwas sagen, Herr Wright? Ja. Ja, euer Ern. Sie haben jetzt immer wieder das gleiche gesagt. Sie haben seine Erinnerung und das Fehlen dieser Infrage gestellt. Hat das wirklich etwas mit dem vorliegenden Pfeil zu tun? Natürlich, euer Ernst. Der Zeuge sagte, er habe nichts mit dem Pfeil zu tun und kein Motiv. Beide Aussagen sind gelogen. Ruhe, Ruhe. All right, es gibt einen großen Nacken bei Ihrer Behauptung. Oder wollen Sie sagen, wollen Sie sagen, dass Sie wissen, wer dieser Zeuge ist? Natürlich, euer Ernst. Bling! Ho, ho. Und das ist ja interessant. Ich würde es gerne selbst wissen. Nun, wer ist er? Stellen Sie sich nicht dumm von Karma. All right, bitte sagen Sie den Namen der Zeugen. Gregory Etra. Sein Name ist Yanni Yogi. Ein ehemaliger Gerichtsdiener. Yogi. Der Name sagt mir etwas. Oh, Yanni Yogi. Vom Fall DL6. Ich dachte mir, dass der Richter davon gehört hat. Es war ein berühmter Fall. Aber was bedeutet das? Euer Ernst. Wenn dieser Mann Herr Yogi ist, hat er ein eindeutiges Motiv. Se, se. Wieder feinige Schlüssel, right? Dieser Mann, der Zeuge, ist Yanni Yogi? Faszinierend. Wie dem auch sei. Wir wollen Sie das dem Gericht beweisen. Dies ist ein Gericht, wie Sie wissen. Wir brauchen Beweise. Und ich darf mich nochmal wiederholen. Der Zeuge hat sein Gedächtnis verloren. Das ist es. Ich muss es jetzt tun. Wenn ich hier und jetzt nicht beweisen kann, dass er Yogi ist, dann war es das. Nick. Wie willst du beweisen? Wie kannst du beweisen, dass er Yanni Yogi ist? Beruhige dich. Es ist eigentlich ganz einfach. Euer Ernst. Nehmen Sie bitte die Fingerabdrücke dieses Mannes. Dann können wir sie bis zu dem von Yanni Yogi vor 15 Jahren aus den Akten vergleichen. Verstehe. Das klingt sinnvoll. Tsss, tsss, tsss. Hä? Es tut mir wirklich furchtbar leid, Herr Wright. Warum? Der Zeuge hat keine Fingerabdrücke. Was? Was? Keine Fingerabdrücke? Sehen Sie, bevor ich als Bootsverleiher arbeitete, war ich in einer Chemiefabrik. Ich verbrannte wieder die Finger mit dem Zeug. Jupp. Was? Yogi, Sie Schocker. Sie verbrannten ihre Fingerabdrücke selbst, um ihre Vergangenheit zu verdecken. Nur wenn der Zeuge keine Fingerabdrücke hat. Ich denke, ich kann mir seine Identität nicht beweisen. Nein. Sö, sö, sö. Und was werden Sie tun, Herr Wright? Ähm. Das ist jetzt unangenehm. Hm? Wie es aussieht, ist der Fall entschieden, nicht? Nein. Ich weiß, was passiert ist. Ich weiß alles. Ich... Ich kann das nur nicht beweisen. Aber nein. Ich kann es nur nicht enden lassen. Ich kann nicht verlieren. Es muss einen anderen Weg geben. Niemand kann bezeugen, wer der Zeuge ist. Niemand. Nick, was sollen wir tun? Ich hätte nie gedacht, dass er seine Fingerabdrücke auslischen würde. Was mache ich bloß? Sö, sö, sö. All right. Vielleicht wollen Sie zur allgemeinen Belustigung den Papagei verhören, ne? Ja, ja. Sehr lustig. Sie sind ein schlechter Gewinner von Karma. Moment mal. Den Papagei verhören? Was ist, Nick? Nein, du wirst nicht... Euer Ern? Die Verteidiger möchte gerne auf von Kamas Vorschlag eingehen. Auf den Vorschlag eingehen? Auf meinen Vorschlag! Richtig. Ich würde den Papagei des Zeugen gerne ins Kreuz führern nehmen. Oha, oha! Äh, was denken Sie von Karma? Müssen Sie das wirklich fragen? Das ist eine Farce. Ich hebe Einspruch. Warten Sie. Der Vorschlag der Papagei zur Verhören kam von Ihnen, von Karma. Ich habe ein Recht zu tun, was Sie vorgeschlagen haben. Äh. Ja, wenn Sie so verzweifelt sind, tun Sie es. Wenn Sie es aber tun, nichts dabei rauskommt, sind Sie aufgeregt bereit, die Konsequenz zu tragen. Nick, das ist verrückt. Und wollen Sie ja Spichern immer noch spielen? Bringen Sie den Papagei in den Zeugenstand. Hahaha. Der fucking Papagei. Ich werde ihn ins Kreuz führern nehmen, euer Ehren. Das ist das Lächerlichste, das ich hier gehört habe. Von Karma hat jede Zeugenaussage, jedes Beweis mit mir manipuliert. Außer dem Papagei. Er ist meine letzte Chance. Leute. Wie sich das weiter, äh, ausdehnt mit dem Papagei. Und was wir aus dem Papagei herausbekommen, an Informationen. Das sehen wir, das sehen wir im nächsten Part von Phoenix Wright, Ace Attorney. Ich hoffe, ihr habt Spaß und ich hoffe, ihr schreibt demnächst auch wieder ein. Wenn es heißt, äh. Spaß mit Papageien. Ähm. Mir fehlt ein Reim auf Papagei. Naja. Ohne ist das auch fein. Bis dann, Leute. Ciao. Ohne ist das auch fein. 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 Bis zum nächsten Mal.